Willkommen zurück bei Attack on Titan. Irgendwie habe ich heute echt Lust Attack on Titan zu spielen und ich dachte mir, wir nehmen jetzt einfach mal Mikasa. Ja, Erin ist Level 5, sie ist 4, um Armin müssen wir uns noch kümmern, aber im Moment echt nicht. Und schon gar nicht mit dem Sasquatch Titan. Da konnte man sehen, Führung war jetzt nicht so ausgeprägt, wobei ich sagen muss, von ihrem Charakter her, im Anime oder auch jetzt in dem Spiel hier, finde ich schon, dass sie ein guter Anführer ist, weil sie auch total stark ist. Ja, ähm, bum, 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 wir, Moment, Moment, so, wir holen uns jetzt noch ein paar Aufträge hier. So, was soll ich, verdienen ihr 10 Medaillen der vollständigen Unterwerfung? Äh, müssten wir die, ja, nehmen wir mal an, wir nehmen einfach alles an und wenn wir was schaffen, freuen wir uns einfach mal. Ja, 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 alles gut. Zumal ich auch ganz gerne jetzt noch, ähm, wir brauchen jetzt, glaube ich, nur noch 2 Titan-Kristalle und dann haben wir noch eine Waffe fertig. Ähm, was können wir denn hier machen für dich, äh, beziehungsweise 15 Titan, ja. Gut, ähm, nee, dahin bitte. Und zwar wollte ich euch das gerne mal zeigen. Blop, 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 neue Entwicklungen klingen. Ähm, und das ist sie nicht. Aber die ist schon, die ist schon nicht schlecht, ne? Ähm, und zwar, wo habe ich das denn da gesehen? Hier, Titan-Kristalle, ach, da brauchen wir noch 4, ach, leck mich doch. Okay. Super Diamantenstall haben wir auch, Stahl haben wir auch. Mh, 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 mh. Dann hätten wir noch... Ich muss mal gucken. Was ist das? Jagdmesser, Leichtstahl, Rapier, Staubklinge, Holz. Hm. Wisst ihr was? Wir nehmen davon einfach jetzt mal was mit. Das Ding sieht ja cool aus. Nein. Und, ähm, ich nehme es einfach nochmal mit. Ich kaufe jetzt schon mal ein paar Sachen. Äh, einfach nur aus dem Grund. Da Titan-Kristall, genau. Die wollte ich nämlich gerne haben. Äh. Und, ähm, was war das hier? Das ist natürlich auch ganz cool. Ich will halt eine super lange Waffe haben. Schneide der dritten Generation. Das mit den Klingen finde ich mal ein bisschen scheiße. Mh, das ist halt echt nervig, finde ich. Und was gab es denn hier? Flügel, Titan-Kristall bräuchten wir auch noch. Mh. Ähm, verbleibende Klingen wären fünf. Gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Also wir, Leichtstahl. Wir müssten einfach mal so ein paar Sachen jetzt sammeln und uns merken und einfach mal mitnehmen. Ähm, nur dass ihr das jetzt einmal gesehen habt. Frage. Mh, ja. Wir könnten hier jetzt nochmal in den, äh, Expedition... Ich glaub hier. In den Expeditionsmodus gehen, aber machen wir nicht. Wir gehen jetzt wieder in den Angriffsmodus. Blop, 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 blop. Blap, blap. Fahre bei den Erkundungsmissionen mit der Untersuchung des Sicherheitsbereichs der Mauergrenze fort. Machen wir. Ach so. Verdammt. Fahrer da... Ja. Ja, will ich ja. Wie geht das? Ja, geht nicht. Warum? Warum? Hab ich jetzt... Hä, warum geht das denn jetzt nicht? Moment. Fragen wir mal den Onkel. Die besten Kadetten und Hörner vier sind immer noch im Leben. Ich vermute, der Rest der Klasse hat sie ordentlich in die Mangel genommen. Ja, das sagt mir ja jetzt echt viel. Wie kann ich denn da... Blöööö. Ich weiß es nicht. Möchte ich eigentlich nicht. Aber wir können uns... Was? Ach so. Das sind natürlich die ganz Starken hier. Boah. Sollen wir uns das mal angucken? Iko. Oder müssen wir jetzt selber kämpfen? Das... Wenn ja, dann ist es ja eigentlich Quatsch, weil dann ist es ja auch... Genauso wie der Expeditionsmodus. Ich hab jetzt eigentlich Lust weiterzuspielen, aber warum geht das denn jetzt nicht? Oder ich bin einfach zu doof für diese Spiele, ich weiß es nicht. Jedenfalls hab ich die Steuerung schon ein bisschen drauf. Wir überspringen jetzt einfach mal. Wer kennt's ja schon. Oh, okay. Hallo, Aaron. Ach so. Ach, das ist ja... Das ist ja, was ich weiß. Das ist ja blöd. Ja, Mission erfolgreich. Toll. Wie kacke ist das denn? Ja, das... Ach, das ist blöd. Kann man das auch abbrechen? Ja. Wie ist denn das, wenn ich jetzt hier auf den Checkpoint komme? Komme ich wieder zurück in das... Nein, okay. Spezialmission. Boah. Das ist ja lächerlich. Was soll ich denn da? Ja. Wir sind so ein bisschen... Verschweifelt. Ja. Ich wollte gerade mal fragen hier, was hast du denn da an? Jetzt steht er da nicht mehr. Ich quatsche nochmal mit ihm. Wenn es ein Loch in der Mauer gäbe, könnte man es nicht übersehen. Wir können... Verdammt. Fahre bei den Erkundungs... Ach so. Mit der Untersuchung... Ja. Jetzt weiß ich es ganz genau. Mission. Und zwar... Mauergrenze. Titan im Fadenkreuz. Der zweite Plan zur Rückeroberung der Basis. Aber hier haben wir noch was offen. Nehmen wir jetzt mal das. Also wie gesagt, story-technisch haben wir alles jetzt im Groben und Ganzen durch. Joa. Aber es war einfach zu teuer, um es nicht zu spielen. Ja, man muss auch mal ein bisschen geizig sein. Kann man das so sagen? Oh, das ist ja super viel los hier, ne? Direkt. Ja, 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 ja. Tschüss. Kollege, wo bist du? Nee. Ah. Ich zahre mir jetzt erstmal hier ein bisschen was von Wein. Bap. Und... So, ich würde sagen, wir zerpflücken die jetzt einfach mal hier alle. Die geht jetzt anscheinend auch zu gut, ne? Cool, wir sind durch den Poppes durch. Finde ich nicht schlecht. Wer hat uns da gesehen? Also bis jetzt relativ easy going. Ich möchte aber hier die ganzen Kollegen hier erstmal entsorgen, weil das steht ja. Ne, das war schon gut. So, können wir den anwerben? Ja, komm. Und so. Ja, unsere Klinge. Müsste, die müssen wir mal wieder aufschnischen. Machen wir mal, ne? So, komm. Komm weg. Und da wir ja gerade... Oh. Zack. So. Äh, wo war das? Wo war das hier? Ja, 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 ja. Ich rette euch durch alle. So. Komm mal hier rein. Schnapp sie weg. Ja, aber die sind hungrig. Ja, aber die sind hungrig. Und die sind hungrig. Und die sind hungrig. Und die sind hungrig. Und die sind hungrig. Komm, ich bin schon längst weg gewesen. Also komm. Stell dich mal nicht so an hier, ne, mein Freund. Oh. Nein. Die sind hungrig. Wie sich keiner von meinen Leuten getötet, du Sack. Wollte ich dir nur mal sagen, ne? Die sind fertig mit den Vorbereitungen für den Beschuss. Ist ja auch gut. Aber. Ich brauche Gas. Ich brauche Gas und Klinge. Und wir müssen sie mal auffüllen hier. Ich brauche nur ein bisschen Zeit, um das aufzufüllen. Mehr nicht. So, einmal hier weg, bitte. Zack, 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 zack. So. Ja. Ein bisschen hier. Wir haben hier auch nicht verkehrt. Ja. Ich weiß. Dann muss ich mal kurz sterben jetzt. Gerade keine Zeit. Ach. So, komm. So. So. Der andere auch hier. Klatsch. Weg. Genau. Das gefällt mir so ganz gut. Aber mein Pferd. Komm, 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 komm. So. Liegt hier sonst noch irgendwas? Ach so, Moment. Da haben wir ja noch ein Rauchsignal. Ich auch gleich vorbei hier. Oh, Aaron. Hi. Ja, 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 ja. Kann ich noch mal rausschütteln? Oh, ernsthaft jetzt? Ich wollte eigentlich nur auf die Panone raus. Mehr nicht. Ich bin noch gar nicht soweit hier. Ich brauche hier keinen mit zur finalen Unterwerfung gerade. Weil ich noch gar nicht soweit bin. Ich bin noch gar nicht soweit. Du, sag, 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 sag. Die Musik schockt. Hm, fuck you. Komm. Hopp. Komm, weg. Nein. Mach keinen Scheiß hier, Freund. Nee, 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 nee. Äh, so möchte ich das gar nicht haben. So, der ist auch weg. Da unten hätten wir jetzt auch noch Signale, was mir jetzt nicht so gut gefällt. Hier, Pferd, komm her. Ja, 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 warte doch mal jetzt. Kann ich jetzt mal meine Klingel damit kriegen? Hab ich mir verdient, ne? So, nee. Bevor wir den Obermacher-Titan umflatschen. Dann machen wir hier noch eine kleine Säuberung. Und zack. Und weg. So. Und nochmal. Klatsch. So. So. Wer wird es nicht mitkriegen, dass er sterben wird? Oder doch? Sag mal. Ihhh, die Sack. Ihhh, das fressen wir nochmal. Freundchen hier. Es ist aber auch ein bisschen hart lächerlich, dass wir erst dann eingreifen. Wenn, ähm... Ah, hier. Moin. Gas. Gib mal ein bisschen Gas, Freund. Lachgas nehme ich auch. Also, das. Und da? Lachgas. 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 Schmerz. Ja, ist jetzt aber nicht gut, oder? Ja. Oh, cool. So, komm, komm, komm. Und Flatsch. So, da liegt noch was. Ja, sehr gut. Ich sehe nicht. Flatsch. Hey. Du warst aber nicht da? Hallo? Hä? Jajajaja. So. Warum ruf mich jetzt meinen Nachbarn? Ich weiß es nicht. So. 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 Ich kann jetzt nicht aufs Telefon gehen. Es tut mir leid. Äh. Anderes Rauchzeichen. Die Titan da hinten nehmen nur ein Typ. Das heißt, es passt schon. Wenn wir nur einen verlieren, ist es okay. Dann holen wir uns jetzt hier erstmal ein, ähm, kleines Versorgungspaketchen. Oh, dieses Pferd macht mich ja echt bekloppt. Jajajaja. Jaja. Jetzt. Wer hat dich denn gesehen? Ach, der kleine Mann. Noch einer? Jaja. 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 Oh, haben wir es geschafft? Gut. Was ganz schrecklich ist. Ach, toll. Eskortieren, das ist ja immer das Schönste. Gar nicht. Das kotzt mich immer so an. Ja, dann geh jetzt. Ich komm mit. Was wollte ich denn jetzt sagen? Dieses Eskortieren ist immer das Schönste. Echt? Der ist vom Mittelbruch. Hätte ich doch locker durchgekommen müssen. Was ist denn da jetzt? Da. Wo willst du jetzt hin? Hallo? Wo willst du hin? Ja. Was machst du denn da? So, hinterher hier. Ach, hallo. So, erledigt. So, wo ist denn da jetzt, der Vogel hier? Hallo? So, ich soll er doch alleine gehen. Ich füge mir erst mal mein Gäßchen. So. Und wir haben es jetzt geschafft. Oh, ne, wir nehmen noch ein bisschen was mit. Jetzt sollten wir aber langsam die Hacken in den Teer hauen hier. weil da vorne sind, weil da vorne sind nämlich ein paar Menschen. Und so einen großen Küppi müssen wir uns ja auch noch schnappen. Was haben wir denn hier noch erklingen? Ach, verkehrter Weg. So. Weiter, 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 weiter. Ist das? Didi, didi, didi. Schon ziemlich grau da. Aber hier in diesem... Ach, ja. Da da oben ist tot. Ja, 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 ja. Das kannst du ganz schnell vergessen, mein Freund. Hallo? Das kannst du mal gleich sein lassen. Direkt. Ja, 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 ja. Ich brauche wieder mal eine kleine Gas-Auffüllung. Warte mal, warte mal. Weg hier, weg. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Gas hier. Ja, ich weiß. Freund. Oh, ich glaube, der ist sauer. Ist aber nicht mein Problem. Das hat geknallt. Das hat nochmal geknallt. Und jetzt kriegt er nochmal von mir. Und zack. Und nochmal. Und bitte. Und zack. Und der Nacken ist frei. Und nun, mein lieber Freund. Töten wir die. Denn ich lösche nicht zu, dass wir weiterhin Menschen. Ding haben wir. Ja, 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 ja. Komm her. So. Klinge erstmal. Gut. Hier lang. Und dann räumen wir hier noch ein bisschen auf. Ah, schade. Gut, da schwabbelte der Arm aber. Der da hinten möchte auch gerne von mir eine Gehirn kriegen. Und dann passen wir den Gas. Das ist immer das blöd. Das geht immer so schnell leer. Hm. Ich wünsche, die würden noch schneller was droppen lassen. Aber nein. Ja, dann komm jetzt her, du dummes Pferd. So. Ich bin schon wieder viel zu groß, viel zu dolle über die Zeit. Über der Zeit sprechen wir ja auch nicht mehr. Wo war denn der Kollege hier, ne? Ja. So. Komm mal her, mein Schatzi. Warte. Wo ist der andere hier, ne? So. Sehr schön. Sag mal. Der war aber flott. Sag mal. Wo ist das Pferd hin? Hallo. Sammel das ein, da. Vielen Dank. In die Richtung. So. Ich fühl mich mal noch ein bisschen auf. So. Dann holen wir uns da vorne noch. Es ist jetzt echt nur noch ein Titan. Dann holen wir uns da noch ein bisschen. Krempel. Hier haben wir auf jeden Fall auch gegen Arnie gekämpft. Ich finde das immer so ätzend, dass das Pferd immer so schnell die Ausdauer verliert. Hm. Naja. Ja. Hast du was? Wunderbar. Vielen Dank. Ich möchte jetzt erst mal zur Kanone. Und gucken, ob ich das Ding von hier vorne da hinten dann treffe. Da ist es. So. Ich muss jetzt erst mal absitzen. Geh weg. Ich hab keinen Bock, ob du das blödes Pferd. Wegen dir konnte ich wohin nämlich nicht. Da. Da ist er. Hallo. Darf ich gehen? Machst du hoch? Oh. So. Da müssen wir wohl mal hin, was? Was macht er denn da? Schläft er da eine Runde? Oder was? Oh, nee. Leck mich am Arsch. Uuuuh. Uuuuh. Ist das der Anni verschnitt, oder was? Was? Scheiße. Oh, das ist aber ekelhaft. Habe ich schon mal wehnt, dass ich die nicht mag? Die hat mit Anni ja genutzt zu tun, oder nicht? Das ist nicht gut Und sie kommt Sehr, sehr schlecht Ja, Pferd, ich frage dich jetzt gerade nicht, sorry Was ist da mit ihrem Arm passiert? Ja, Treffen ist ja schön, ne? Ah, okay Hallo, lass mich hier mal weg, schnell Schnell Ja, 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 ja Alles gut Ich muss noch mal eben mal weg hier von dir Verrücktes Vibe Bleib, wo du bist Mann, gleich ist die Arm wieder da, ne? Ah, schlecht Alles drauf einhacken, bitte Diese Irre macht mich irre Wollte ich nur mal Weg, 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 weg Mikasa weg Okay, so ist gut, so ist gut, so ist gut Okay, Spaß Einmal noch So, jetzt ist der Nacken frei Mehr will ich gar nicht Warum ist der Nacken nicht Ernsthaft? Warum? Willst du mich veräppeln? Oh, nee, ne? Komm, 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 komm Wie soll ich das denn nicht schaffen? Das schaffe ich doch jetzt gar nicht mehr Aber gar nichts mehr Wenn wir mal noch die Beine weghacken Schafft man so echt nicht, ne? Cool Wisst ihr was? Ich wollte gerade sagen, dann lassen wir uns jetzt töten mal Es bringt nichts Ich habe das schlecht kalkuliert Joa Ich bin der Meinung, wir probieren das nochmal Aber nicht jetzt